So Leute, willkommen zu Smash Bros. Ultimate. Ah, schon wieder die nächste Session, allerdings nur eine kurze Session, damit ich die Woche fertig kriege. Allerdings sieht es hier schon verdächtig nach Finale aus. So, ich habe ja gesagt, Dings muss sein, Bowser Jr., aber gleichzeitig muss auch Sonic sein und die werden wir beide in der heutigen Session spielen. Und wir nehmen, was nehmen wir denn für einen Sonic? Nehmen wir einen normalen Sonic, lila Sonic, leuchtend blau Sonic, äh, Silver Sonic, Shadow Sonic, anderes blau Sonic, orange mit blau Sonic, oder nächstes lila Sonic. Ja, der Chaos Emeralds als Armbänder finde ich schon mal ganz cool. In Schwarz finde ich, sieht eh immer cool aus. So leuchtend blau hat auch was. Ach komm, wir nehmen Schwarzen Sonic. Das könnte auch so hier, äh, Night of the Werehog sein, ne? Ne, wie hieß das? Wo er sich verwandelt hat? Ihr wisst doch alle, was ich meine. Natürlich wisst ihr das. Ähm, ich muss auch die Uhr wieder einstellen, ne? Wolf muss wieder einen Timer machen. Und diesmal geht mein Handy hoffentlich nicht leer. So, äh, ja, wir nehmen, nehmen wir McCloud und, ey komm, wir gehen auch voll auf Angriff. Das da ist eigentlich okay. Ach, das ist ja alles eigentlich okay. Das ist ja okay, wie es ist. Gut, ähm, Vati ist dran. Nein, er ist wahrscheinlich Vati. So wie das Pokémon bloß mit V geschrieben, statt mit W. Und zwar gegen Ridley. Und jetzt auch noch als neuen Charakter. Oh, direkt seine Verteidigung durchbrochen. Das ist gut. Das ist ein echt guter Start. Oh Gott. Aber mit Wind. Zum Glück sind wir Sonic. Weil jeder weiß, ein Sonic rennt schneller, als der Wind ihn pusten kann. Ach, der, der, hat er die Richtung geändert, der Wind? Das ist ja fancy, der Wind. Und ich habe das Gefühl, der Wind wird auch immer stärker. Ja, und jetzt ist er zu stark. Aber wir hatten ihn so gut. Wir brauchen nicht mal Windverteidigung. Wir müssen einfach bloß ein bisschen kräftiger zuhauen. Sturmverteidigung heißt es, ne? Sturmimmunität. Ich muss auch ein bisschen mit Sonic erst mal klarkommen. So, mit seinem Moveset. So. Jetzt habe ich hier deine Waffe. So, und jetzt gibt es deine Waffe gar nicht mehr. Und ich hole mir doch Sturm... Oh, Sturmimmunität wollte ich sagen. Aber brauchen wir jetzt zum Glück nicht, weil der Wind sich diesmal für uns doch ganz glücklich gedreht hat. Und da haben wir Ridley sogar direkt weggehauen. Glück gehabt. Also das war echt pores Glück, dass sich da der Wind in unsere Richtung gedreht hat, dass wir zurückgepustet wurden statt weg vom Festland. Andernfalls wäre es nicht gut ausgegangen. Ganondorf. War irgendwo klar, dass Ganondorf hier der Boss ist. Ist aber die Frage, wollen wir Ganondorf spielen? Oder nicht? Also ich würde sagen, bevor wir Ganondorf spielen, ist Bowser Jr. dran. Wenn wir mit Bowser Jr. fertig sind, können wir von mir aus mal Ganondorf machen. Problem ist, dass sich im Moment halt wirklich zu wenig Leute das Projekt hier überhaupt angucken. Oh, das war ein Tritt. Aber der sah aus, als wenn er in die Weichteile ging. Ging er wahrscheinlich nicht. Äh. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Das sieht ganz cool aus, der Grin. So, und jetzt haben wir Laserschwert Sonic. Oh, aber er hat richtiges Schwert. Er ist echt Schwert Ganondorf. Ah, nach oben kriegt Sonic tatsächlich mal Stacheln. Ich würde ihn gerne noch mal für den nach, für die nach unten Technik greifen. So, das ist das da. Okay. Ungünstiger Hieb. Ich dachte für einen Moment, wir hätten unseren Ultra Smash, aber hatten wir nicht. Das dürfte dann ja, äh, hier, Sonic mit den sieben Chaos Emeralds zu Super Sonic werden. Ähm, ja. Ich überroll dich einfach. Mit deinem billigen Schwert kannst du hier gar nichts. Warum wird eigentlich immer, wenn ich hier aufnehme, mein Hals trocken? Ich merke das jedes Mal aufs Neue. Wenn ich hier aufnehme, wird mein Hals trocken. Aber auch nur, wenn ich irgendwas an der Switch aufnehme. Oh, das ist ja sogar golden geworden. Und da musste Sonic genau in dem Moment abbremsen. Naja, verdammt. Moment, schieße ich jetzt, nee, ich wollte gerade sagen, schieße ich jetzt in die falsche Richtung. Das wäre ungünstig. Haben wir uns noch mal gerettet, bevor wir hier mit Gennendorf in die Tiefe stürzen. Ah, aber gut, wir haben ihn. Wir haben ihn. Beim nächsten Mal Bowser Jr., dann Gennendorf, würde ich sagen. Ich finde es auch gut, dass sie endlich mal gemacht haben, dass Gennendorf sich so ein bisschen von dem Skillset von ähm, distanziert. Also Captain Falcon. Gibt es hier noch, oh, sieht aus wie ein Castlevania-Schloss. Die Illusion wurde gelüftet, das Dämonenkönigsschloss entsteht oder erscheint. Wahrscheinlich er erscheint. Ähm, ja. Okay. Achso, nee, Moment, da gibt es ja, da gibt es ja jetzt noch so einen, äh, Final-Gegner. Wer bist du denn? Stimmt irgendwas aus The Legend of Zelda, das ich nicht kenne? Das scheine ich nämlich echt nicht zu kennen als Gegner. Sieht aus wie ein großes Insekt und ich hatte Insekt. Ach, nee. Es ist nicht mal ein Insekt. Ich, das, seine Schwerter habe ich für, versehentlich für irgendwelche, äh, Arme gehalten. Ich mache ihm gerade überhaupt keinen Schaden, kann das sein? Bei Zelda-Bossen ist es ja nur, aha, ich muss sein, ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, bei Zelda-Bossen ist es normal, dass sie eine Schwachstelle haben und diese Schwachstelle leuchtet normal immer irgendwie auf oder ist, ist besonders markant, damit man sie auch ja findet. Und in seinem Fall ist es der leuchtend grüne Schweif. Problem ist, selbst den habe ich nicht sofort bemerkt. Dementsprechend habe ich viel zu viel Schaden verschwendet beziehungsweise genommen, den ich nicht hätte nehmen müssen. Oh Gott, was kommt der? Ja, das war's. Nochmal. Gannon, von dir lasse ich mich nicht verprügeln. Ich habe dir so viel Schaden gemacht, den Rest mache ich jetzt auch. Ich muss wieder von vorne anfangen, aber ist mir egal. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass das hier die Dämonenform von Gannon ist. Der wird jetzt so eine Art Schwein, ne? Der hat ja auch so eine Schweinsnase. Das ist ja auch tatsächlich die Form, die man so in den gängigen Zeldas mit Schattenwelt, also gängige Zeldas. Für mich gängige Zeldas. Das bedeutet sowas wie hier Link to the Past oder so. Da ist es ja glaube ich drin, weil welches ist das mit Fragt mich nicht. Ihr wisst, ich bin nicht Zelda-affin. Ich habe ja eine Super Nintendo, da ist auch ein Legend of Zelda drauf. Und ich weiß, es gibt einen ganzen Haufen und das, was ich habe, ist glaube ich ein gutes, eins, das auch von vielen Leuten sehr gemunkert wird, aber tatsächlich nicht das The Legend of Zelda, das die meisten Leute als das Beste empfinden oder zumindest, dass ich in meinem Bekanntenkreis so als Empfehlung habe. Aber ihr kennt mich, wenn ich mit irgendwas anfange, dann will ich, ich renne dir in den Schritt, mein Freund, dann will ich eigentlich am liebsten immer ganz vorne anfangen. Und ganz vorne heißt bei dem Teil, der zuerst rausgekommen ist. Deswegen habe ich auch zum Beispiel von Fallout, Fallout 1 gemacht. Boah, das war's für mich, mein Freund. Deswegen werde ich auch irgendwann mal die Kirby-Reihe machen und alles. Und Mario, Mario-Marathon, wenn das hier alles vorbei ist. Also, wenn Smash Bros. vorbei ist, kann es sogar sein, ich werde wahrscheinlich Monster Hunter fertig machen, wobei ich da dann, ich habe noch zwei Parts auf Pfanne und für das Finale, das werde ich dann wahrscheinlich alleine machen oder Zero dazu holen. Muss ich mal gucken. So, damit ist das da aber auch gecleared. Ja, wie gesagt, ich habe noch zwei Parts auf Pfanne. Eventuell, also entweder ich zeige die oder ich schneide einfach das Geredete, also die Texte rein und nehme das Ganze dann nochmal mit Zero auf. Weil ehrlich gesagt, die beiden Parts, die ich da habe, die gefallen mir nicht so, zumal sie auch größtenteils auf Englisch sind. Und das will ich nicht. Aber jetzt ist die Musik hier wieder friedlich. Und ja, das hatte ich ja hauptsächlich mit Agardes Fire gemacht und ja, wegen dann halt Hilfe dann auf Englisch. Aber das wird natürlich auf Dauer nicht so bleiben. So, jetzt können wir hier, glaube ich, schon in die Dunkelheit springen. Er hat sich ja jetzt hier irgendwie so ein Riss aufgetan. Oder führt er uns bloß zurück in die Welt des Lichts? Aber ich glaube, der führt uns bloß in die Welt des Lichts zurück. Wir müssen noch Gomorra fertig machen. Bekannt aus dem bekannten Ausbruch wie Sodom und Gomorra, welcher natürlich der Bibel entspricht. Und dort war ja Gomorra zusammen mit Sodom. Äh, hallo? Sekunde. Äh, irgendwas stimmt hier gerade mit der Aufnahme ganz und gar nicht. Ähm, ich werde das kurz mal überprüfen. Bis gleich. Ja, da hat was nicht gestimmt und das gab es ja letzten Part schon mal, dass sowas nicht gestimmt hat und dann ist da, äh, ist da irgendwas entstanden? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Der Delay ist gerade auf der Konsole recht hoch. Also kann sein, dass ich da das Aufnahmeprogramm nochmal starten muss. Aber ihr seht das schon alles flüssig, oder? Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Also auf der Map. Also ich habe keine Ahnung, was gerade mit dem Aufnahmeprogramm los ist. Da ist ein riesen Delay drin. Also der ist größer als normal. Tut mir leid, wenn ich euch da jetzt nochmal kurz rausreiße. Aber, ähm, da werde ich mich kurz drum kümmern müssen. Das müsst ihr noch mit ansehen. So, jetzt sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren, hoffe ich. Ähm, es tut mir leid, dass das jetzt so eine kleine Unterbrechung war. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt, jetzt ist es aber auch wieder, äh, anständig. So, Meister Hand ist aufgetaucht. Crazy Hand, Entschuldigung. Und diesmal lösche ich den Part nicht, bevor ihr den Kampf seht. So, der, der ist nämlich heute noch dran. Und ich, äh, entschuldige mich auch für die Ausfälle bei anderen Projekten. Zum Beispiel, äh, Smash, äh, nicht Smash, wir spielen gerade Smash Bros. Das ist kein anderes Projekt, Wolf. Danke. Ähm, Pokémon ist zum Beispiel auch ein Tag ausgefallen, eventuell auch zwei, je nachdem, ob ich heute noch dazu komme. Wow, den habe ich gerade mal angekratzt, eh. Je nachdem, ob ich heute noch dazu komme, äh, einen Part zu machen oder erst morgen. Ich denke, ich werde heute noch dazu kommen. Aber versprechen kann ich nix. Oh Gott, er macht wieder seinen Käse. Das hätte böse ins Auge gehen können. Aber viel hat er nicht mehr. Ja, jetzt bricht er auch noch zusammen. Das war's, ich hau dir in deinen Hand stumpf. Warum? War das ne weibliche Stimme? Also, sie wirkte doch sehr hochgepitcht. Also, entweder war es männlich und sie wurde gepitcht oder sie war weiblich. vom Fenster aus sehe ich zwei Leute, die sich Essen geholt haben und gerade heimkommen. Die dürften mir ruhig was abgeben. Ich hätte nix gegen Essen. So, jetzt haben wir hier gewonnen. Und jetzt gibt es hier Wege, die wir gehen können. Zum Beispiel in eine Höhle und hier gibt es Gravity Man. Aus welchen... Habe ich gegen Gravity Man gekämpft? Aus welchem Mega Man ist der denn? Kenne ich den oder kommt der hier aus Mega Man X? Oh Gott, das muss ich auch noch machen, ne? Oh, dunkle Samus. Die sieht ja mal fisch aus. Schwache Schwerkraft. Oh ja, in der Luft ist man ja wirklich unbeweglich ohne Ende. starke Schwerkraft. Jetzt kommt man... Jetzt kommt Samus mit ihrem dicken Hintern hier nicht mal mehr hoch. Ja, je nachdem ist immer mal starke Schwerkraft, mal schwache Schwerkraft, mal gar keine Schwerkraft. Naja, eigentlich gar keine ist nicht. Ich will eigentlich Samus damit bewerben, also die dunkle Samus ist sie. Die dunkle Samus ist ja nicht Samus. Das darf man nicht vergessen. Oh. Okay. Das Schild hat leider nicht geholfen, aber es hat uns auch nicht umgebracht. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht dazu kommen, Sonics Spezialfähigkeit zu sehen. Dafür fehlt uns bis jetzt noch so ein bisschen der Gegner, der uns hier die legendären Kräfte von Sonic näher bringt. Kannst du nun Gravity Mans Dojo besuchen? Ach Gott, wieder ein Dojo. Ich hasse die Dojos. Sprungkraft hoch und Lauftempo und Falltempo runter. Das heißt, ja, wir können damit sehr lange in der Luft bleiben mit einem Stil. Wo geht's denn hier lang? Hier lang geht's aber zu Kracho oder Cracko. Okay, das war ja der Weg, den wir eben gelaufen sind und unten rein führt uns quasi bloß wieder zurück. Das heißt, das ist ein Kreislauf und hat uns eigentlich nur das Dojo gebracht. Okay. Cracko, nicht Kracho. Kirby. Standard-Kirby-Boss. Muss man eigentlich drauf haben. War ja auch, glaube ich, war das der erste oder kam der später im Kirby-Anime? Nee, der erste war der Oktopus. Quatsch. Also das war kein Gegner, der uns unsere Ulti erfordert. Elektro-Angriffe hoch. Das ist dann so ein Pikachu-Gegner. Also Pikachu-Geist. Hier sieht man wirklich gar nichts. Wild Gunman. Aus Duck Hunt. Okay, den machen wir auf jeden Fall. Oh, Duck Hunt Duo Team. Also das ist ja auch schon so ein bisschen da steckt ja der Fehler quasi im Namen. Weil ein Duo sind zwei. Aber ein Team sind mehr als zwei. Aber ich hab, man hat hier nur so Schusswaffen und muss damit das Team besiegen. Finde ich gut. Ich möchte aber euch eigentlich noch Sonics Ulti zeigen. Das war jetzt bloß ein Kampf, den man mit 300% startet. Also kein Kampf, den ich benutzen kann, um euch irgendwas zu zeigen, wenn's auf Dauer geht. Von daher ein bisschen ungünstig. So, was krieg ich hier? Snack. Und hier ist der heilige Sch... Drei heilige Schätze? Ach so, diese... Ah. Die kann man doch auch als Waffe irgendwie einstellen, ne? Das ist so was wie... War das der Dragoon in, äh... Brawl? Wenn ihr euch an Brawl erinnert, hat irgendjemand von euch Smash Bros. Brawl gespielt? Ich ja, ich... Zuhauf. Ich hätt das auch noch. Vielleicht irgendwann mal. Bedenken wir mal der alten Zeit und dann spielen wir auf der N64. Das dauert ja ewig. Ich hau ihn mal ein bisschen. Pit, wenn du jetzt davon stirbst, ne? Ich verliere den Glauben an dich. Das war gut. Komm, noch ein bisschen. Ich brauch meinen Ultra Smash. Ich... Ich will den jetzt sehen. Komm Pit, komm, zeig mir, was du drauf hast. Hau mich. Danke. Danke. Komm, ich will vor Ende des Pathos das nochmal gezeigt haben. Okay, schöner Schlag. Ah, das funktioniert aber auch, wenn ich den Angriff ins Blau einsetze, oder wie? Ne. Okay, was essen. Okay, okay, das hat ordentlich geladen, der Schlag. Steig back! Steig back! Okay, wir sind fast soweit. Pit, jetzt. Jetzt beiß bloß nicht ins Gras. Nicht ins Gras beißen, Pit. Wir haben es fast geschafft. Nicht ins Gras beißen, Sonic. Wir haben es fast geschafft. Okay, komm. Ach Gott, diese Version der Sonic-Stimme. Ist das, äh, hier aus Sonic Boom, diese Kronstimme, die Deutsche? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich diese Ulti hier nochmal zeigen und wir haben es ja jetzt am Ende nochmal geschafft, die Ulti tatsächlich zu sehen. Nun gut, jetzt muss ich ja bloß einen Weg durchfinden, aber ich finde, das ist eine Aufgabe fürs nächste Mal. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Smash Bros. Ultimate. Bis dann, euer... bis dann.